Oh, jetzt schreibt Michi. Premium! Michi ist einfach. Na du, das braucht ein bisschen, weißt du? Übers Internet bis zu Michi, das... Ja, Alter, was geht ab? Das hat wirklich gebraucht. Wir haben jetzt schon 53. Ich hab um 51 geschrieben und 52 konnte die Nachricht. Können wir endlich mal ohne Brau? Ja, wir sind doch schon drin. Wir haben doch schon. Nein, nicht spielverlassen, denn das ist schlecht. Sehr gut. Ich bin mit dem KG auch mal. Das ist unser Färberer von Hannover. Ich sparte noch. Ja, dann... Yo Leute, was geht und willkommen zurück zu... N.W.A. Wir spielen auch genau, das war die Anwalt in Europa. Free Release. Ja, wir haben es schon, ich muss sagen, ich habe mich gerade ein bisschen benachteiligt. Wir haben schon vorgestellt, vor 10 Jahren, dann können wir jetzt schon spielen. Genau. Es ist sowieso das gleiche Spiel wie Ghost, also... Ja genau, wir waren einfach dabei beim Mitentwickeln, ja, und haben gesagt, komm, wir machen alles so wie vorher. Ramna ist Bottich, Ramna ist Bottich, Treppe. Ramna ist Bottich, wo wirst du die Granate hin? Nope. Warum hast du die Granate hin? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ey. Bin gerade voll überfordert. Wahrscheinlich am besten Schießen. Tassi, du kiffst auch mal ab und zu. Nee. Du auch? Du ziehst doch voll eine durch. Das merkt man bei dir richtig hart. Junge, ich bin angeschossen, spawned bei denen vor dem Mitte. Ach, du hast es gesehen, du Kackwurst, ey. Komm mal, Krass, war der in Münder bemüttelt. Ich sehne jetzt aber nicht mehr. Nein, wo ist er hin? Oh! Nee, da war er nicht. Oh Gott. Oh, ey. Ich bin fast nicht, ich bin mit Zweitwaffe. Oh. Ich bin fast nicht weg, ich bin mit Erstwaffe. Oh Mann, ihr seid doch alle Kacke. Er hat eine ACM mit Scheideverrammler. Auf Zweitwaffe ist... Hier, das guck ich jetzt alleine machen, also. Also lasst mich konzentrieren. Also, Fingerfertigkeit, Feuerkraft pur und Ninja pur weiter drauf. Er ist jetzt gerade am Bottich hinten im Fahrstuhl. Oh, jetzt läuft er wieder raus, weil er Angst hat. Jetzt läuft er über A. Jetzt läuft er unter Heliport. Fick dich, ich seh, ich hab alles im Auge. Das ist schon mal ungut. Lass uns kombinieren, er hat alles im Auge. Das heißt, er ist auf einer hochgestellten Position. Turm oder Häuser. Äh, Kran oder Häuser. Kran. Ich bin bestimmt nicht am großen Haus drauf. Ich doch nicht. Und dann ist er gut. Das ist neidisch gestimmt. Die knappe Zeit. Ja, deswegen hab ich auch alle bis jetzt mit der UMP getötet. Ja, du hast Overkill drauf. Und der ist runtergefallen, du Spasti. Das habe ich gehört, Mann. Du hast nicht das Kart im Fahrstuhl drin. Ja, genau. Ich hab's in dreifachen Salto gemacht. Was los? Zehn Tots. Ne, was? Sollen wir mich noch dazu hören? Das hat sich richtig gemuted. Ja, das ist Knie, aua. Der hat der Katar zugeschlagen. Mein armes Knie, ey. Wir können mich jetzt leider auch nicht mehr dazu hören, weil ich nicht mehr weiß, was das Passwort ist. Ja, Ramad, den hat einfach seinen Kopf auf die Tastatur gehauen. Nein, ich hab... Na klar. Seinen Kopf auf die Tastatur gehauen. Gar nicht mal so unweit, das ist schlimmer da dran. Du hässiger Camper, hinten im Fenster Camper. Lüge. Macht da gerade ein bisschen Party an der Bahama Beach. Beinah unter... Was? Stirb! Ihr könnt doch nicht schon wieder alle sterben. Okay, alles klar. Ich wollte schon sagen, ey, ihr könnt mich hier nicht wieder alleine das durchziehen lassen. Da ist auch einer, siehst du nicht, mach ihn kaputt. Nicht den, der ist ja falsch. Oh, fuck. Ja, den will ich auch nicht üben. Ich mein, Marika Schiene war leer. Hinter dir, Danny, bitte erzählen, genau wo du jetzt hinguckst. Der war da, wo du jetzt hinguckst, alles klar. Der war da, wo die Bombe noch nö. Super Ramla. Ja, da konnte ich nix machen. Du Ramla-Sohn. Du, was ist ein Geil-Ein-Loch-Band. Ramla-Sohn, du dummer. Soll ich meine Ulti schon zun? Kommt sie überall, überall mit Kokan. Nein, nein, ich bin mit Controller, alles klar. Ja, meine Kuh. Ja. Ah, ich bin ja im Euer Team. Die E! Das ist die Ere, komm, die Ere, komm, gib Gast. Ich will die Ulti sehen. Das ist nicht so, aber ich hab irgendwie so dumme Gefühl, ich will, wenn die einmal vorbeigelaufen bin. Eskaterer, der Steu ist auf dich. Danke. Wenn sie wissen würden, was das Spiel ist. Ja, warte. Man, jetzt ist er weg, na toll. Tobi, eh mal mal 12, oder? Oh, Mann, Tobi, da warst du doch. Tobi, hinter dir, guck doch. Ach, Gottchen. Puh! Das ist einfach gar nix mehr. Jetzt haut der Ulti drauf. Oh, Lenni, du kack, du mal hat ihn doch mal gesehen, ey. Deine Oma hat ihn doch mal gesehen. Man hat ihn wirklich gesehen. Man hat ihn doch nicht einfach nix machen, ey. Man hat ihn wirklich gesehen. Also, ich hab ihn, ich hab ihn nicht gesehen. Ja, aber wirklich nur mal Augenblick, ey, und ganz leicht was. Also, man konnte ihn ganz leicht sehen, wirklich. Guck ihn ja auch nochmal rein. Du wirst ihn sehen. Alles klar. Alles klärchen. Don't make this shit with me. Also, ich bin tot. Oh, man will. Oh, ich hab's nicht tot. Aspots. An der gleichen Stelle sind wir weiter gestorben. Oh, das ist Luca. Nenni ist Luca und haben wir zusammen. Ja. Jetzt deine Palette, komm. Jetzt deine Atomwammer, genau. Richtig. Feines gemacht. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Komm bitte vom Helipod runter. Oh, Lenny, ich hab ihn gesehen. Lenny, Lenny, hast du ihn jetzt wirklich nicht gesehen? Ich hab grad früher gesagt, komm bitte vom Helipod runter, du Spass. Lenny, hast du den gesehen, Lenny? Lenny, Lenny. Lenny, guck nicht, toff nicht, toff nicht das Eiche, Lenny. Was soll das? Lenny, guck dir doch nicht die ganze Zeit zu, Alter. Drück doch mal jetzt mal ab. Lenny, das dauert ein bisschen. Mann, du guckst den genau von unten in die Eier, ja? Ja, ey, wirklich. Lenny, Lenny, mach da. Lenny. Lenny. Seit dem Mongos hab ich das schon mal erwähnt. Lenny. Boah, das ist ein. Gott sei Dank. Lenny, links. Lenny, Lenny. Lenny, was machst du da? Lenny. Lenny, wo schießt du hin? A-Spot. Ich bin da genau reingerannt. Nicht die Granate. Erstmal die 8-0er-Kate versaut. Ich hab nichts mehr geschissen heute. Ja, das war ein wenig. Ich muss alles alleine machen, find ich nicht so cool von dir. Ja, meine Ping ist auch. Ich kann sie nicht spielen. Du hast vernünftige Ping. Du hast aber vernünftige Ping. Weiß aber keiner. Jetzt weiß es jeder. Weil bei allen Top-Gonel-Kate versaut. Lenny, Lenny. Ims. Was denn? Hi. Hallo, hallo. Bei A drin im Fenster noch gewesen gerade. Das ist eine dicke Lüge. Das ist keine Lüge. Boah. Ramla. 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 Ramla, dein Freund ist tot. Ramla. Hinter die Wilms, hinter die Wilms, hinter die Wilms. Hinter die Wilms, hinter die Wilms. Oh, 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 oh. Alter, ich muss noch mal klasse spielen. Oh, 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 oh. Man, da kommt so von allen Seiten, ey. Das war geil, Alter. Lenny, ich hab Rambo gemacht. Hast du das gesehen? Ja, ich muss hinterher geil aus. Was, aber Rambo. Oh, oh. Rambo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wir haben schon lange töten können, aber nein, ich muss ihn leben lassen, weil die Tosti von hinten kam. Ja. Oh, von hinten. Oh. Ja, natürlich war das genau so gemeint. Du, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Oh, ohne. Einer Helipop. Lock. Das ist nicht verarschen. Ja, was denn? Das war doch mehr als Katana. Luka, ist das dein Ernst? Nein, eigentlich nicht. Ich dachte eigentlich, es gibt keiner, aber... Ist das dein Ernst? Man! Boah! Ich dachte, ich brauche nichts, also brauche ich möglichst ein größeres Magazines. Alter. Boah! 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 Ich hab dich einfach nicht gesehen durch die Karton Ja, du wirst nicht in der Karton auch verschwunden Wie schnell bist du da hingekommen? Ich bin einfach geil Du hast ein MG UMP, rechts Links Der ist bei A-Spot Lenny Du müsstest jetzt vom Helipot sehen A-Spot Lenny, hey B-B-B-B Boah, meine Ping, meine Ping Du hast sofort die gute Ping, ey, du hast besser als Micky Ja, die schwankt, aber die will Ich hab besser als ich Ich hab besser als ich Guckst du in TS, Luca? Nee, aber die schwankt Die bricht ab und zu mal zusammen Ja, wangst Das macht sie nicht, hab besser als ich Boah, ey Wangst Mann Lenny, wie lang wird's eigentlich noch auf dem Helipot sein? Du musst jetzt direkt mit der Richtung Geh nicht runter gehen Alter, Luca, was war das denn jetzt? Wolltest du das abgelegen? Wolltest du, ich will sich ganze Zeit labern Da war ich's abgelegen Weißt du, Luca, guck dir wirklich die ganze Zeit in die Fresse Die ganze Zeit Der geht sich mit der Maus, hebt der Herd die Treppe runter Oh scheiße, du rennst nicht vor mich vor Sorry Luca Geh da nicht lang Wieso habt ihr so viel Aufklärungsrunde? Ihr seid ja nur am sterben Oder nicht? Aber Lenny nicht Ich hab die gerade zu finden, du Affen Oh Aber wem's nicht? LOL A Spot runtergegangen in Muschi Muschi Wieso konntest du messern und ich nicht? Ich bin noch nicht auf der Seite Der ist neben dir Der ist neben dir Der ist hinter dir Der ist hinter dir Hinter dir Wie Luca sich einfach nie umdreht Ich sag die ganze Zeit, der ist hinter dir Da Ja hab ich Ich hab mich die ganze Zeit im Kreis gedreht Hast du sie gesehen? Du hast nicht nach hinten geguckt Du hast nicht nach der Seite geguckt ProAIM 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 In die rechte Bauchtasche Mein Gott Alter, die hat sich zerrekt Boah, die Fireways komm ich in meiner Klasse mit Die Klimpa-Klügelchen immer raus Und die anderen sind nur scheiße Okay, da ist keiner LOL Oh Wieso hast du den wiederbekommen und ich den nicht Bitte Wie den bekommen? Da war keiner Ich hab nur gesagt, dass da einer war Und ich den getötet hab Achso Oh, hab ich mich erschrocken Ja genau, Lenny Was? Du, ich hab gesehen, wie der rausgeschossen ist Sorry Ich hab dich nicht gesehen Du standst hinter dem Fass, oder? Ja Man hat nur deinen Kopf gesehen, scheiß Headglitcher, ey Fuli Ich dachte, der ist schon Ja, hab ich mich ein bisschen erschreckt, ey Ich mich auch Weil ich gerade eine Granate in der Hand hatte Wims erschreckt sich öfters Erschrocke Ja, aber manchmal auch Von mir selbst Wims erschrocken sich öfters Alles klar, Lenny Ähhhh Richtung A Ausgang Einer Ach, ich drück war vier Warum nicht? Woa, 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 woa... Äh, hinten noch bei Sie sind spawnen Hua Ah, schade, übernau'n spawnen Sind beide spawnen Ach, Alter... Hast du mich erschrocken, ey Hab einfach so'n Rambla geflohen Ja, genau Alter Wer ist der Mitte? 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 Wiemals Nein, ich weiß nicht, nice ich habe ja im raum nein die standen man das ja die wiederholung ist schon runtergerutscht ich habe geschossen da war ich aber nicht mehr ja was soll ich machen weil ich habe nur abgabend um der treffe ich habe drauf geschossen ja alle drei von da weg gemacht Tosti ich wäre voll in die Fresse gelaufen ja aber ich habe mich so erschrocken ich habe ihn nicht gesehen was der ist egal ob er die beste Spieler auf dem Körper muss man mal so sagen oh nein mitte 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 titte zur mitte obendrauf und der treppe ja genau weißt du schlugst einfach mal komplettes Magazin wenn ihr sagt immer nie an wo er ist weißt du ja immer gesagt wo er war alter ja ich habe nicht mal ich habe nicht mal mal hin ich wusste ich ob er schon bei ja genau das war mega drauf weil du hast ein ganzes Magazin von mir geschluckt ja ich bin der ganze spiel auf dem server jetzt geht mal aus dem weg stimmt doch gar nicht ich bin immer der beste spieler hier Junge der bin immer noch ich ja in deinen träumen na und muss ja keiner wissen ich habe dich gesehen und ich war froh ich glaube ich habe ihn angefrackt der da nicht rechts ich weiß es nicht ne ne sah so aus aber ich glaube es war meine Leiche aber mach das nicht danke meine Leiche das war meine Mann Wilms jeder weiß dass du B-Spot bist ja einer ja klar nicht oder doch kannst du jetzt mal bitte von A-Spot runter gehen das war bin Alter geh doch mal von dem Bottich runter alter Wilms steh mal wo der schießt da drauf und du explodierst einfach ah nein meinst du so ja genau so Mann Wilms hol doch mal jetzt die Bombe vom Heliport ey ohne Spaß hol doch einfach deine ACR ne warte aah aah warte ich selber warte zum spawnen warte zum spawnen Wilms die Bombe liegt immer noch Heliport unten am Tonge und die Blendgranate war voll daneben bei B I know Junge Wilms die Splendgranaten können keine Bomben holen die ist oben drauf oben drauf oben drauf und kein Heust auf dem kleinen Heusten bei B Alter auf dem kleinen Heusten bei B auf dem kleinen Heusten bei B auf dem kleinen Heusten bei B Alter das genau das boah boah weißt du boah alter weißt du Pink zu zweit und dann noch mit Blindfisch Mann du schreist seh du schreist auf den Rammler konnte ich mich nicht mehr konzentrieren merke du kannst bei Geschreier nicht konzentrieren boah ich muss Kacken ey Nein, 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 nein. Jungs, ganz... Gar nicht, dass wir mal holen, ne? Weil, äh... Ich hab vor Aufregung und einen Fahnen lassen, der schickt dich in der Pfanne kuchen. Das ist Ramm-Lastplatz, da darfst du nicht hin. Juge! Nice, ich bin so gut, Alter. Alter, Kurti, du bist der Beste heute. Ach, ja, Mann. Du bist der höchste Spieler, Jungs. Läuft. Ja, erstmal, ich wüsste war ein bisschen hoch. Egal. Ach, egal. Seid schon weg, Wichsen. Ich bin der beste Spieler aufm Server, sieht man mal, ganz klar. Ich hab glatte zwei Kills, ey, ich bin voll stolz auf mich. Ich hab mich gar nicht zu runter gemacht. Don't spawn. Hier! Hier! Ah! Wo? Beim... beim... äh... spawn. Von dem. Juge, vier! Fuck! Ja, A. Alain Keine Ahnung wo Tosni ist Mosni 1 jetzt 2 Ja 2 ist auch gut Meinetwegen auch 2 Was heißt denn das ist oben ne? Falsche Seite Junge Tosni Was heißt das ich bin voll auf dich drauf gesprungen ich hab mich übel erschrocken Ne ist unten in die Muschi rein du Spasti Ja kann er ja machen ist mir auch lecker Brammerweg Nicht unten haben wir Platz Hör auf Brammerweg Oh Der ist hin Der ist riesig Bist du so schnell da hingekommen Hab ich mich erschrocken Er schreckt Der Brammerweg hat gestorben Aber erstmal so schießen weißt du Ich musste ja irgendjemanden erstmal zuerst anvisieren War leider der falsche Wow Ja gut das stimmt du hast zuerst Ja okay alles klar Ja okay alles klar Wenn du meinst du mich Teamkill muss kein Ding Ja mal gerne Ob eine beste Spieler auf dem Server läuft er zuerst raus ganz klar Das bin ich Nein Das stimmt gar nicht Das stimmt gar nicht ist Lenny sogar gerade von den Kills her Ne gar nicht Vom Killerfeld ist Lenny das Ja echt wahr Aua Sag dir schon Lenny dass du der Beste bist Der ist da bei Alan Alter das kann doch nicht wahr sein Easy Game Boah ich hab auch nur scheiß Klassen drin Dem gestern Ja 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 Boah Lenny mit seinem ekelhaften crouching Ja genau Boah ich snipe jetzt auch man Ist egal Was heißt denn 12p? Ist das die Auflösung bei Youtube? Ja das heißt ok Ich lade jetzt auch in 12 mal 4p hoch Reicht Boah scheiße da war schon wieder einer Ich hab ihn nicht gekriegt Schwache Leistung Lenny Schwache Leistung Lenny Du macht er zu Knuck knuck Gieß doch nicht vor Wir sind die nicht gegen Daisy alter Scheiße ich wollte ihn messern Na ja Weißt du Ich Lenny messer so ne Äh Ja genau Weißt du Ich messer Lenny so und der ignoriert das einmal komplett Ja Und Willy läuft dann nochmal durch Fängt alles Ich hab voll Ich war voll auf seinem Kopf drauf Ja ich weiß Learn to play Ja da war Wilms auch leicht rot Ja ich war am Ende Ja du glaubst Wir bedanken uns fürs Zuschauen Wir laden jetzt ein 12 mal 4p hoch So wie der Punkt ist Ja Wie der Punkt ist ganz